Ein ver****** herzliches Willkommen zu der unglaublichen Show «Fisch an Stiel» und hier kommt Ihr ekliger Gastgeber, Jan Tuckan! Mittags! Schau dich an, kriegst du dich schon im SRF und hast die Folge, versau dich schon. Ja, Grossvater hat rechgehangen, wanderspalt auf der Strasse als Stricher. Oder noch schlimm, als Kassierer. Du Versager! Loser! So seltsam ist Inzest gar nicht. Was ist? Du bist ich! Was passiert jetzt? Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's! Was hast du gesagt? Was Mann, gib mir das Geld. Was ist? Alles gut. Ja, wieso? Hast du ein Problem, oder was? Das ist mein Ghetto. Hau ab von da. Was willst du? Verpiss dich, kleine Mann. Wieso? Bist du schwul, oder was? In der Schlägerei? Komm da her. Oh, eine Pussy, Mann. Du hast keine Chance. Komm da her. Ist du schlecht? Nein. Da hinten ist kleine Pussy. Eine grosse Schnur in der hinten. Fisch, 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 Mehl. Fisch, 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 Mehl. Okay. Wie nennt man einen Anmachspruch, der mit einer Blei endet? Ein Flirts. Wegen Flirt. Und Furz. Und Flirts. Was? Ich kann sie ja auch da, Schlecher. Akademische Ausbildung ist doch wichtig. Scheiss auf Akademiker. Die plapperen nicht nur noch, was gelernt haben. Wie fucking Papageien. Er hat recht, ich bin wirklich ein Papagei. Ich bin ein Papagei. Ja. Ich bin ein Papagei. Papagei! 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 Oh Mann, mein scheiss Ausschlag wird immer schlimmer. Sagst du, wie lange hast du auf einer Zahn vier Fingern? So lustig. Wie kommt es eigentlich, dass Käfer sich auf den Rücken kehren, wenn sie sterben? Mäh, das ist doch gesagt... Fresse! Wir sind am Diskutieren! Nein Matrose, Pause ist fertig. Äh, zweimal Fisch am Stiel. Hey, sch****l, wie läuft's? Beschissen läuft's. Was ist los? Klar hat mich vor allem. Wollen wir nicht die Papagei? Nein. Wir haben wegen einem Haustier Schluss gemacht. Nein, Mann! Sie hat dich in einem solchen Geschäftskreis kennengelernt. Der Papagei! Er sagt dir an einem Tag mehr, ich liebe dich als ich im ganzen Jahr. Dude... Wir sind hier... Ich kann dir gar nichts anderes sagen, Mann. Die Bitch... ...hat mir meine Frau weggenommen. Ich möchte so gerne shooten schauen. Einige in der Woche einfach, aber sie stresst immer. Ich bin eine... Beste Jungfrau! Ich bin wirklich eine Jungfrau. Ich bin eine Jungfrau! Ich bin eine Jungfrau! Ich bin eine Jungfrau! Nein! Tom! Ich bin eine Jungfrau. Nein! Nein! Ich lass mich gehen! Ich lass dich nicht als Jungfrau sterben! Du bist eine Frau, mein Freund! Du Bitch! Hast du mir meine Frau geklaut? Du bist ein Mensch! Meine Damen und Herren! Ein Lied! Zitrone, 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 Limone, 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 Zitrone, Limone, Zitrone, 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 Zitrone... Der Song ist eigentlich scheisse. Nein, Mann! Der Song ist voll die Shit! Zitrone, 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 Zitrone. Zitrone, Zitrone, Zitrone. Dann auf Stellabstelle. Okay. Jetzt sollte ich einfach gehen. Ja, vielleicht sollst du das. Also, falls ihr noch mehr von diesem Scheiss sehen wollt, dann schreiben sie denen doch noch Armeleuchter. Du wechselst mir nicht zu, ich hoffe, Sound. In den Kommentaren. Oder schaut halt die nächsten Folgen. Also. Der Song ist also wirklich scheiss. Und Melonen.